Hallo ihr Lieben! Heute nehme ich euch mit ins Japan Center. Ich habe das ein bisschen randomly im Internet gefunden. Das soll so eine Mixtur aus Fruit Hall und japanischem Supermarkt sein. Und ja, ich möchte gar nicht viele Worte verlieren, sondern euch einfach mitnehmen. Und ich würde sagen, wir gehen mal rein! Der Shopping Japan Center besteht aus zwei Teilen. Der eine davon ist Lebensmittel und der andere, ich will ihn einfach als der große Rest bezeichnen. Ihr werdet dort Schalen, Teezubehör, Geschenke, Bücher und vieles mehr finden. Das ist die Nummer zum Jahr. Da muss man sich das seit Monatzeiten sch覆. Das ist das Wurzeln, die haben Teeten gefordert. Das ist das Wurzeln, wenn man da ist. Ich habe probiert, auf jeweils die Preise mitzufüllen, einfach um euch eine generelle Übersicht zu geben, was die Produkte hier so kosten. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.